Liebe Studierende, ich lade Sie ganz herzlich ein, an der Konferenzwoche teilzunehmen. Die Konferenzwoche ist der Höhepunkt des ersten Semesters und der Höhepunkt des Moduls Wissenschaft trägt Verantwortung. Sie bestreiten die Konferenzwoche, Ihre Ergebnisse werden auf der Konferenzwoche diskutiert und darüber hinaus wird es viele, viele interessante Referentinnen und Referenten geben, die auch von außerhalb der Universität zu uns kommen werden und die Konferenzwoche bereichern werden. Also kommen Sie und freuen Sie sich auf die Konferenzwoche.